Gute Ausbildung in Spanien, weil Madrid auf der Ausverteidigerposition. 16 Grad, es kann eben noch leichter Niesel regen, ansonsten beste, beste Fußballstimmung. Fließender, flüssiger, die anderen in der Trainingsvorbereitung teilgenommen. Jürgen Klopp sagte, natürlich geht es jetzt in den letzten Wochen die Feinabstellung, die Spritzigkeit. Dortmunder Kapitän bekannt geben, nachdem Kehl ja sagt, ich spiele zwar noch ein Jahr, aber Kapitän möchte ich nicht mehr sein, ich möchte die Binde abgeben. Eingestellt auf das Liverpooler Spiel. Piszczek zu unterstützen da auf der rechten Abwehrseite. Bleibt weg, der Vegetarian. Das ist so einfach. Die Mannschaft von Jürgen Klopp, das umsetzt. Heute ganz klar, besser der FC Liverpool. Studierte, Angriffshügel. Natürlich unter den Umständen nicht möglich, nicht erwartbar. Dazu führt er zu Leverter, wahrgenommen. Martin Keller kommt für den Neuzugang. Umfassiert den Weckum. . Danke. Danke.